Auf bei den Abteilungsleitern, bei meinen guten Fräulein. Es war also eine richtig schöne Zeit. Und ja, Tessi, dir ein kleines Dankeschön und meine Bemühungen als so, Fräulein. Die Wette geht ans Zeit auch zum Ende. Wer ist Jess? Ja, bei mir war heute mein letzter Umzug als Präsident. Aber ja, ich möchte sämtliche Gerüchte aus dem Weg schaffen. Ich fahre jetzt nicht nach Rom, ich kandidiere als Papst. Ich bleibe, weil ich erhalte, sauber hättest. Immerfalls zwei Schritte nach Händen. Und ich möchte das Ganze auch als Kier genießen. Die, die wir mit den letzten 13 Jahren als Präsidenten beteiligen können, ein herzliches Dankeschön. Egal ob es Betreuer, Trainer, Abteilungsleiter, Tambors, Waret, dafür ein herzliches Dankeschön. Es war eine supergeile Zeit mit euch. Und ja, auch viel weiter, ich werde eigentlich gar nicht sagen, ich schwelg in Erinnerungen und so soll es auch bleiben. Und nachdem wir das hier so aus dem Frischling geht, würde ich mal bitten, dass der Vereinigte Frischlingskorf Kommt mal los, Frischlingskrieg! Ja! Ja! Selber schuld. Selber schuld. Kannst du die Frischlingskrieg stellen? Wir können aber nicht machen. Wir können aber nicht machen. Wir können auch schon so, aber wir sind auch schon so. Aber wir sind auch schon so. Wir sind auch schon so. Wir sind auch schon so. Mensch, komm, lass dich in Lombe jetzt noch. Oder in Bolle, der aber auch. Was sind wir denn? Du bist eine Spaßveranstaltung. Aber komm doch. Ja, du bist ja immer wieder. Du bist ja immer wieder. Du bist ja auch. Wir sind, wie schuldig, entfällig, schwer. Inallem, hoin schon. Okay! So wadescht es dabei! Dann tut man uns so hell allein. Doch wir sind fest. Machen Allen ist mit! Und schon überhaupt nichts mehr! Das ist schön! Ich wünsche dir, dass ich dich nicht mehr aufgeregt bin, dass ich dich nicht mehr aufgeregt bin. Als Präsident im Aufzug mitzulaufen. Darüber hat er den Zorberwappen gekriegt vom Landesverband. Und lieber Rüder, wenn ich noch mehr sagen, wenn ich komme zum Stuhl da, bringe. Bring. Und zwar, wenn ihr jetzt 10.000 Stunden, wo eine neue Kette kriegst, bin ich auch. Aber nicht, der hat auch nicht immer so fest, aber nicht, weil jeder hat auch ein kompletter Präsidium, ein kompletter Ausschuss an der Abteilungsleitung. Und jetzt denke ich auch von euch alle herzlichen Dank von den 13 Jahren. Und jetzt können ich euch ständig erbeten.